hallo hier jetzt wie besprochen seltsames und kurioses aus nur einem tag auf dem schlachtfeld ich möchte an dieser stelle mal ausdrücklich Nvidia lanken für die shadowplay geschichte so kann man immer schön auf alt f10 drücken und hat mal die aufnahme gespeichert und dann kommen die ganzen sachen die einem so auffallen in kleine filmchen so los geht's mit einem panzer der durch den felsen schießt dann haben wir diverse super spawns ein messerkill der komplett daneben geht und zu guter letzt die alten guten alten unsichtbaren gegner ich denke viele sachen dürfen euch bekannt vorkommen aber das sind wie gesagt nur die nervigkeiten die mir gestern beim spielen aufgefallen sind ich habe mir einfach immer auf rekord gedrückt viel spaß dabei ja vielleicht nach battlefield harten vielleicht kommt da noch mal was gestellt man weiß es ja nicht ja ich habe das feindliche g-schützen genau erst durch deiner stelle gesichtet zum 1 bild zum 1 zum b vom